Okay Leute, ich bin schon hierhin gelaufen. Vorher bestimmt keiner sehen, wie ich hier hinlaufe. So. Passt. Doch, ich glaub schon. So, wo sind jetzt die Generatoren? So. So. Wo sind die ver-fickten Generatoren, ey. So. 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 Wofür. So. 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 Also ich glaube, ich weiß, wie das geht. Ja, hinwerfen. Ich schieße das ab. Toll. Okay. Okay. Schieße es doch mal ab, Mann. Ich kann das Ding ja nicht abschießen. So ein Scheißdrehe. Ja. Super. Was? Ich will nochmal werfen, Mann. Ja, geht doch. Was ist denn das für ein Scheiß, ey? Ich kann das Ding ja gar nicht abschießen. Mann. Das ist ein Kack. Ich glaube, ich auch mal. Ah, ey. Das ist ja... Das ist der Hammer. Muss ich von hier hinten abschießen, oder? Muss ich irgendwas anderes machen? Ey, das ist doch unglaublich, oder? Ja, ich muss das da innen drin abschießen. Ah. Scheißdrehe, ey. Fick dich. Was ist das für ein Kack? Die explodieren die ganze Zeit. Alter Bastard. Fuck. Fuck, 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 fuck. Oh, ich bin tot. Naja. Wenn ist der tot? Weiter, 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 weiter. Fuck. Ich bin jetzt wieder hier. Scheiße. Okay. Egal. Nein! Mann. Ich blieb viel zu schnell jetzt. Okay, wo muss ich nochmal hin? Ich bin schon immer hier rüber. Ja. Dann mache ich mich mal auf den Weg. Kong-Fus. Ich denke irgendwie chinesisch oder japanisches Essen. Entschuldigung, ich weiß nicht, was ob Kong-Fu, japanisch oder chinesisch ist. Oh, Mann, oder? Nee. Fuck. Ah, ich bin direkt wieder mit dem Generator. Das ist ein guter Trick. Neue, verbesserte Generator. Ja, gewiss bin ich deine. Jetzt noch mit Geschützen. Oh, ich muss es hin hin abschießen. Oh. Na ja. Nicht wissen sollen, oder? Ich war so dumm, man hat das nicht gemacht. Nämlich beide auf einmal machen kann. Alter, was bin ich denn? Ich finde ich dumm, Batz, ey. Ich passe nicht auf. Ich muss mit mir aufpassen, ey. Ich denke, das Spiel ist einfach, aber... Äh... Ich muss auch aufpassen. Also, man kann hier was scheiße bauen. Alter! Das finde ich jetzt nervig. Naja, egal. So. Gib zum nächsten. Und wie kommt man da hin? Komm ich da drauf? Ja. Ja. Ja, okay. Bug. So. Mann. Scheiße. Ich lasse mich mal an, die sind einfach in diesem Scheißdingen gehen. Geht doch. Nee, oder? Lauf, Spidey, lauf. Ey, das ist ja dieses Gefängnis da. Ich probier mal das hier. Oh, wie schwer. Das ist voll schwer, ey. 30 Sekunden, also... Ding, dass man mal eigentlich nur 10 Sekunden maximal braucht. Was ist ja dieses Gefängnis da, spät mir das? Ich versiere mich. Ich versuche... ... oder? Das ist ja dieses Gefängnis. So, so, let's go. Ja, die Roboter interessieren mich ehrlich gesagt nicht. Aber da oben ist der Generator. Dann gehen wir aus dieser Scheißhölk raus, ey. Okay, komm, jetzt geben wir diese Steine jetzt. Scheiße. Ach, scheiße. Falsche Maustaste gedrückt. Nein, willst mich verarschen. Aber das ist einfach viel zu schnell. So ein bisschen langsamer. Spielen. So. Zack. So, jetzt hab ich's. Oder? Hab ich's? Ja, ich hab's. Okay, jetzt muss ich wahrscheinlich wieder raus. Oder ist da noch einer? Muss mal grad, ähm, Pause machen. Vielleicht wieder da. Ich hab's.